So, wir sind hier auf dem Lac Magog. Lac Magog, das ist nicht der Lac Montfrey Magog, sondern das ist der kleinere Lac Magog, der wirklich wie Magog heisst. Da sind überall Autos auf dem See. Da hört man die Eisenbahn. Warum huckt es nicht mehr? Da kann man einfach so rumspazieren. Wenn das Eis knackt. Und die Panda kann auch mal frei laufen, weil sie keinen Wald hat mit Squirrels. Eisenbahn sind wir zwar kaum, aber man hört sie gut. So, Panda versucht abzuhauen. Panda! Panda! Jetzt kommst du an die Leine! Selber schuld! Schau, wie der Gas gibt. Das ist bestimmt der Jessie. Das ist bestimmt nicht der Jessie, aber der Jessie hat auch so ein Auto. Sag schon, tschüss! Tschau!